BP wusste offenbar weitaus früher über die Katastrophe im Golf von Mexiko Bescheid als bislang zugegeben. Schon zwei Monate vor der Explosion der Ölplattform hatten BP-Mitarbeiter intern über große Lecks in der Nähe des Bohrlochs berichtet. Das belegen Dokumente, die der Nachrichtenagentur Bloomberg vorliegen. Danach war die Konzernspitze schon am 13. Februar über große Lecks informiert worden. Der Schein trügt und ich weiß nicht mehr, was ich tu. Um es zu glauben fehlt die Kraft, um es zu ändern fehlt der Mut. Das Höhe fließt in die Meere und an jeder schaut zu. Meine Schuhe kommen aus China und mein Shirt aus Peru. Das schlechte Gewissen nimmt ab die Globalisierung zu. Aber kein interessiert's, wenn was billig ist, ist gut. Ich kann nicht mehr glauben, was auf RTL kommt. Da werden Faktenverträgt gekaufte Leute vernommen, parteiische Meinung gebildet und verallgemeinisiert. Tausende glauben das und ihr Plan hat funktioniert. Ich leg kein Wert auf Propaganda, will nur, dass ihr versteht. Ihr seid von den ganzen Lügen ja schon wie hypnotisiert. Werdet demoralisiert von Dramatik hoch vier. In der gespielten Gesellschaft von medisch Stimmung diktieren. Dich bewusst irritieren, nicht dein Gehirn zu aktivieren. Weil sie ganz genau wissen, dass du es sonst mal kapierst. Ich appellier, an die sie noch Gedanken machen, endlich aufzuwachen und dem allen ein Ende zu machen. Ist es wahr oder gelogen? Ist es echt oder nicht? Ich kann nichts mehr glauben, doch hab ein Lächeln im Gesicht. Der scheint trüb und ich weiß nicht mehr, was ich tu. Um es zu glauben, fehlt die Kraft. Um es zu ändern, fehlt der Mut. Und die krassen klingeln, während die Leute belogen werden. Es ist traurig, wie Wahrheiten verschoben werden. Ich schäme mich, zu so einer Spezies zu gehören. Gott machte die Welt Geld, wird sie zerstören. Ich schrei laut auf Babylon Burn. Kämpfe jeden Tag weiter, werd eure Leute zerstören. Was glaubt ihr, wer ihr seid? Ich sag's euch direkt. Nicht mehr als wir, auch wenn's keiner von euch checkt. Ihr wollt Mitleid, doch zieht uns da noch mit rein. Nix da. Deutsche haben Angst vor Terror, danke ihr Wichser. Wo ist der Change? Obama, was ist los? Sie haben dich klein gekriegt, am Anfang warst du groß. Ist es wahr oder gelogen? Ist es echt oder nicht? Ich kann nichts mehr glauben, doch hab ein Lächeln im Gesicht. Der scheint trüb und ich weiß nicht mehr, was ich tu. Um es zu glauben, fehlt die Kraft. Um es zu ändern, fehlt der Mut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.